Hallo Leute, ich bin AnyoMining und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar gibt es heute mal wieder ein Bad Wars Video. Ich habe mich seit dem letzten Video, das ich gemacht habe, also seit dem letzten Bad Wars Video, ein bisschen verbessert. Und ich hatte mal wieder Bock, eine Folge, beziehungsweise einfach Bad Wars aufzunehmen. Und ja, deshalb mache ich das mal wieder, mal wieder 4er Bad Wars, wie immer. Eigentlich auch das, was ich sonst fast immer spiele. Manchmal auch Castle oder Solo, aber meistens das. Das heißt, ich würde sagen, wir starten direkt in die Runde. So, und zwar ich will eigentlich meistens die Bettenzerstörung geben, weil das ist einfach irgendwie das, was bei Bad Wars am meisten Spaß macht. Früher habe ich immer die Defense gemacht, das mache ich jetzt nicht mehr so. Jetzt bin ich, glaube ich, mehr so der Rusher-Typ, wobei ich nicht direkt so Mitte rushe, sondern meistens erstmal Diaz sammle. Fort-Upgrades mache und dann zu den anderen Rusher. Ich gucke mal, ob ich vielleicht sogar jetzt sogar direkt rushen kann. Ich hoffe mal, es klappt. Wenn die Leute nicht gerade so aufmerksam sind und nicht direkt wegklatschen, dann werde ich das auf jeden Fall versuchen, direkt zu rushen. So, Gold haben wir hier gesaved. Und los geht's. Mal gucken. Ja gut, ich würde sagen, nicht jemals zu grün. Ich hoffe mal, dass sie mich nicht direkt wegklatschen, aber es sieht so aus, als würde ich vielleicht gleich auch mitkommen. Und dann kann ich auch mal versuchen, direkt das grüne Bett hier zu zerstören. Einmal rübergebaut. Oh, der grüne baut auch. Nope. Und tschüss. Runter? Ja, okay. Yes. Wenn da jetzt keiner aufpasst, dann habe ich das Bett. Okay, da ist einer. Da ist einer. Ah, schade. Okay, egal. Nächster Versuch. Kommen die? Ja, die kommen. Ah! Verdammt, ich bin runter. Okay. Okay, die kommen immer noch. Ich hoffe, meine teammates passen hier auf, weil ich brauche immer ein bisschen Ressourcen hier. Ich würde sagen, ich kaufe auch mal Furch, damit das hier ein bisschen schneller geht. Äh, hier ist noch gar nicht eine Briss, dann baue ich mal hier gerade eine Briss rüber. Hier natürlich reichen meine Blöcke immer wieder nicht. Brüben kommen nichts, ist gut. Okay, Blau ist schon weg. Wann wurde das Bett zerstört? Ist irgendwie so typisch ich so. Irgendwie, ich lese so im Chat. Zum Beispiel, Blue Team was eliminated. Und ich denke mir so, hä? Wann wurde denn da ein Bett zerstört? Irgendwie, ich weiß nicht, manchmal kriege ich das einfach überhaupt nicht mit. Okay. Nope. Du bist mir jetzt nicht mal an dir. Im Ernst? Boah, ey. Wie ist der hinter mich gekommen? Der hat wahrscheinlich sich über die Mitte rüber gebaut. Die Roten kommen. Gott. Ja, bis die PvP-Skill ist hier. Nein. Boah, die zerstören hier noch unser Bett hier. Hier wird nichts zerstört. Tschüss. So. Vielleicht soll ich auch das Rote mal vorher zu zerstören, weil die Roten sind, glaube ich, gefährlicher als die Grünen. Apropos die Grünen. Kommen die? Nee, sieht nicht so aus. Aber die Routen kommen. Okay, ich hab den runter, aber ich bin leider jetzt selber runter. Okay, der eine Rote kommt. Und versucht sich natürlich direkt wieder am Bett zu schaffen zu machen. Ja, da ist noch jemand. Scheiße, okay, da ist ein Grüner. Okay, da hab ich auch weg. Ich glaub, ich geh erstmal die herzuholen, weil, äh, da steht einer auf dem Bett und... Okay, dann klatsch ich eben nebenher runter. Bye, have a great time. Wirklich? Nicht mal die Chance gelassen, da gehen schon klatschen hier. Okay, ähm... Ich würde meinen Teammates scheinen auch grün zu gehen und dann würde ich sagen, geh ich da einfach mal mit. Haha, daneben! Nein! Was? So. Ich würde sagen, ich, ähm, krall mir hier direkt mal die Dias. Oder vielleicht auch sogar direkt mal das gelbe Bett. Weil da gehen grad zwei gelbe raus. Und, ähm, es ist noch nicht defended. Vielleicht kann ich sogar hier das gelbe Bett rushen. Okay, ne, die fänden gerade. Okay, da kommt ein gelber. Ja, doch, ich rushe. Ich versuche jetzt mal das gelbe Bett zu rushen. Nochmal verliere ich mich bestimmt nicht. Yes! Hä, kann er mir nicht schlagen? Ach doch. Ich dachte schon so, hä? Hä? Diese Runde muss ich aber gewinnen hier. So. Einmal rüber gebaut. So, jetzt mal die Dias gesnackt. Und dann auf das blaue Bett zerstören. Okay, der ist auch schon ein teammate. Wenn der das zerstört, dann komme ich einfach rein und, ähm, kill die blauen da weg. Jeder wurde gekillt. Ich wurde, glaube ich, nicht bemerkt. Kier, der hat mich jetzt bemerkt. Weg mit dir. Weg! Ja, ist okay. Arm ist. Okay, das war klar. Nochmal. Hey, haben die Kinn in Defense? Ich glaube da, äh... Ich glaube bei denen trollt jemand. Lol, als ob die einen Troll im Team haben. Ja, geil. Aber solche Leute, die einfach Team-Griefen, oder wie man das nennt, sind einfach richtig mies. Okay, da kommt jemand. Ah, der wird unser Bett bestimmt nicht kriegen, weil ich den vorher runterklatsche. Stehen geblieben! Ja, der bleibt wirklich stehen. Er laggt. Ah, verdammt! Beste Move! Sehen wir noch hier? Ja. Ja, da ist er. Gucken, ob ich den hier abfangen kann. Nein, der schnelle ist sich. Ah, der wird definitiv hier noch geklatscht. Alles klar. Kier, der Blaue kommt wieder. Zeit, das Blaue wird zu zerstören. So, hab ihn. Mal gucken, dass ich nicht selber sterbe. Nochmal die Dias hier ansammeln. Okay, Blauen, äh, tun gerade Glas auf die Bett. Das heißt, mit TNT sieht hier schlecht aus. Ich, äh, blau das Glas halt wieder ab. Wow, ich hab den Blauen gerade nicht, äh, legit nicht gesehen. Das ist jetzt auch zu plötzlich in meinem Sichtwelle aus. Ich denke mir nur so, äh, wo kam der her? Okay, ähm, hier kann ich mal besorgen. Okay, ich mache ja schon auf. Ich hab gerade noch so gekriegt, aber jetzt kann ich die Blauen nicht mehr. Wenn ich so low bin, dann sterbe ich safe instant. Ich glaube, ich komme mal von oben. Wobei von unten bei der Map eigentlich besser ist, weil... ...ist ja, einfach darunter sneaks und man... ...sucht von unten das Bett abzubauen, quasi. Ah, diesmal hat er mich gekriegt. Was? Not, du wirst mal, mein Bier ist jetzt nicht schnurren. Alter! Nein! So. Und mit dem Bier ist zurück. By the way, Skyblock ist ja auf dem Server hier gerade mega hyped. Und, äh, ja, ich spiel's selber auch. Ich hab vorgestern angefangen. Und ich bin gerade dabei meine erste Insel. Also ich will so mehrere Inseln bauen. Und ich bin gerade dabei, die erste davon aufzubauen. Und, äh, ja, es dauert ein bisschen länger, als ich gedacht hab. Aber, äh, ja, ich hab, glaub ich, davor schon mal Skyblock gespielt. Zusammen mit meiner Schwester. Berg, das, oder wie auch immer, du heißt, du hast mir gerade in meiner Erzählung von, äh, Skyblock reingekackt. Dafür wirst du sterben. Ja. Wobei, ich nicht vorher sterben will. Stirb! Dem ist dein Ernst? Ich könnte natürlich versuchen, das grüne Bett zu zerstören, nur wenn ich dabei sterbe, ist das halt auch scheiße. Okay, der Blaue kommt. Runter mit hier. Mann. Kusch. Was, das war'm Final? Ja, moin. Geil, und der hatte auch noch 8 Ias dabei. Ja, nice. Ähm. Ja, Reinforcement kann ich noch versorgen. Wäre nice, wenn ich Emerald Forge besorgen könnte, weil, äh, ja, dann komm ich halt an die Erzeugungsran. Und das ist ja schon recht nice. Okay, ich schieße die grüne Milch ab. Okay, jetzt hab ich, glaub ich, zumindest mal nicht mehr vorher anzugreifen. Yes! Das hat keiner mehr im Bett. Hehe. Dann schau her, ist denen die Hosen eigentlich ganz gut ist, zu gewinnen. Ich weiß nicht genau, ob es so eine gute Idee ist, jetzt da rüber zu rennen. Warte, ist das ein grüner? Ja, die grünen sind in der blauen Base. Ich frag mich, wo die blauen sind. Gucken, ob ich den nochmal treffe. Ah, nee. Schade. Okay, ein blauer ist auf jeden Fall in der Mitte. Okay, die blauen scheinen oder zumindest einer in der gelben Base zu sein. Äh. Ich wär grad fast runtergesprungen, weil ich nicht realisiert hab, dass da keine Brücke war. Okay, der grüne kommt, dann. Alter. Ja, wie ihr seht, ähm, bin ich nicht der beste Archer. Aber es reicht zumindest so einigermaßen. Oh. Ich sollte jetzt allerdings auch mal ein Gap reißen, weil, äh, ich will hier nicht unbedingt sterben. Trefferquote, so bei 100%. Trefferquote, so bei 100%. Einer hat ja gerade nur noch 10 Health. Und den krieg ich. Vor allem ich hab hier ja hier Willen, wegen dem Heelpool, und er nicht. Ui. Okay, so langsam ist es trotzdem schmerzhaft. Ich wette, ich bin jetzt übelst mit Feigen gespickt. Jupp. Verdammt daneben. Wow. Okay, Upgrades, also Diamonds, äh, Diamonds, ja. Dias zu holen, wäre jetzt allerdings auch keine gute Idee, weil die schießen mich da locker runter, wenn ich, äh, jetzt Dias holen will. Ich hätte eine Ender-Pelle, dann Golems oder so. Könnte ich mich rüberpauten? Die Golems setzen, dann hätten wir, glaub ich, safe gewonnen. Ich glaube, ich werfe auch mal ein paar Bad Bugs drüber. Bad Bug hier. Ich gehe zu weit geworfen. Ja, verdammt. Ich glaube, die sind komplett in die Base von denen geworfen. Ich könnte auch einfach mal Feuerbälle drauf spammen. Ich glaube, ich spamm einfach mal Feuerbälle. Okay, Anna hat auf jeden Fall getroffen. Ich glaube, mein teammate wurde gerade gekillt. Super. Nicht. Ich schätze, ob man die Grünen sind, nicht in der Grünen Base. Ah, der Blaue vielleicht. Ich habe keinen Plan, wo der Blaue ist. Moment mal, ist da ein Grüner drin? Ich glaube, oder? Ja. Und den schiege ich sie runter. Einfach hier zu campen, ey. Okay, er kommt. Glaube ich jedenfalls. Ah, nee, er baut sich... Er baut sich hinten rauf. Ist hier noch einer drin? Nee, alles klar. Ich glaube, ja, in meiner Base schiebe ich gerade einen Grüner. Das heißt, ich kann nicht in meine Base rein. Außer, ich habe gerade Bock, von einem Grünen gekillt zu werden. Jetzt kommt der Krieg. Archeristical Skills, mal wieder am Start. Die Grünen treffen sich gerade anscheinend in meiner Base. Das heißt, ich chill mich da mal in die grüne Base. Okay. Okay. All Beds will be destroyed in 5 Minutes. Nevermind, keiner mehr hat ein Bett. So. Reinforce Armor 3. So, Pfeiler habe ich jetzt erstmal genug. Verdammt. Nein! So, das war es dann hier von diesem Video. Ich habe leider nicht gewonnen, aber vielleicht nächstes Mal. Und dann würde ich mal sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mal ein Like da. Und falls ihr noch nicht habt, abonnieren. Und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Video. Ciao. 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 Ciao.